Und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Plants vs Zombies 2. Ja, jetzt ist das neue Mikro da. Und wir fangen erstmal mit der Pinata Party an. Ja. Oh, das ist ein Ei-Pot-Sledley. So, den Kappen wir mal hier. Was ist das denn? Ja, das kann man. Ach, das ist das ein Ei-Pot-Locker. Aber das ist das ein Ei-Pot-Locker. Das ist ein Ei-Pot-Locker. Das ist ein Ei-Pot-Locker. Was ist dascribed? Oh. Hey! Hey! Haha! Brains! Leider Brains! Brains! Oh j- Puder Size Dia Brains! Brains 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 Das sind die Schlimmen. Das ist echt so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. So, dann haben wir die Lange mit der Pfeil. Ey, aber das ist echt unfair. Ja, ist weg. So, dann haben wir die auch schon mal einleitend. So, dann haben wir die auch schon mal einleitend. Brains. So, dann haben wir die auch schon mal einleitend. Komm, 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 komm. Sehr schön. Achtung mal, bisschen Aufnahme. Bis da, komm. Ganz clean, ganz clean. Geh neun! Wow! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Geht auf einmal bitte Nooo 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 Wir müssen noch mal wollen und kriegen sie dann weg Was ist das denn? Was ist das denn? Wo ist das denn? Seht mal hier, was ich raus? Was ist das denn? Fynn's, fynn's, fynn's Nein Was ist das denn? Ouh Was ist das denn? Komm, das war's. Und hier haben alle Radmähren noch. Tja, das war's. Jetzt bin ich einfach auf die Nacht der Party. Und ein neues Kostüm, obwohl ich das schon hatte. Und weiter geht's. Mal sehen, was kriegen wir jetzt? Oh, ja, machen wir das mal. Seid gegrüßt, seid Reisende. Halt, es wurden Spezialkuriere im Sand um eure Gehirna zu. Bitte halten die Zeichen für zwei Gabelformulare bereit. Hochschul Dr. Edgar Zambus. Oh, ich bin da raus. Wie wird dein Autogramm? Ich darf nicht gut sein. Überlebe eigentlich bereits im Landkrepp, ich bin überlege ohne Rahmen mehr. two-mal rein. Ich bin da rausgekommen. Ich würde ja auch sagen, dass du das andere Grupp ausgesetzt kannst. Zu vorgegebenem Platz, die schon in Arbeit machen kannst. Die Zombies! Wir kommen! Die Zombies! Die Zombies! Die? Die! Die! Sie müssen nur zusammen anotieren. Todurch fl충 ist doch so großartig. Aber ich werden wohl vergessen! Oh... Oh nein! Das war's für heute. Und wir haben einen Diamantik geschlossen. Und wir haben einen Diamantik geschlossen. Nein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah! Ah, ich kann meinen Ball doch. Eegreht! Eegreht! Nannwod! Daun! Daun! Neh! Eegreht! Geh daun! Geh daun! Geh daun! Noooon! Geh da einfach ... Oh So, dann muss ich noch ein bisschen aufgenommen werden. Dann muss ich halt das wiederholen. Und das wiederholen. Meine beiden Freisinger müssen sich nicht mehr aufnehmen. Offenbar hatte der Korreel noch eine Wettbewerb dabei. Das könnte nützlich. Wir reisen in andere Zeiten sein. Juuu, zeig die Taktiknade auszuprobieren. Hiermit kannst du neue Weltenfresche und in andere Zeiten reisen. Ich hab beides geschafft. Mittelalter ist angebrochen. Ja, ich weiß. Nutze Weltschlüssel um neue Welten freizuschalten. Mal sehen, welchen nehmen wir denn mal? Hm, nehmen wir den. Schlüssel. Jo. Hä? Ich muss ihn nur mal kurz raus. Und dann da drauf. Ich dachte, wir wollten zurück nach Hause und dann die Taktik suchen. Aber da sind Piraten. Die halten Papageien und Teufzeiten. Da haben wir noch ein Piratenblät fertig und dann... Puh, dann nehmen wir mal ein paar Pflanzen hier. So, das wird reichen. Und los geht's. Ja, ich hab zwei neue Flanken gekauft. Ja, sorry, dass ich jetzt kurz mal vom Mikrowelt herkomme. Hier ist nämlich ein bisschen anstrengend gemacht. So nah am Mikrowelt. Und da ist der Herrscher. Hier ist der Zombie. Dann war es der Kugel. Komm schon. Die Sonnen! Wir brauchen Sonnen! Die Sonnen an Kasse 3 bitte. Die Sonnen an Kasse 3 bitte. Die Sonnen an Kasse 3 bitte. Und dann können wir. Eine Sonne bitte an Kasse 3 bitte. Eine Sonne bitte an Kasse 3 bitte. Und dann fahren wir am Frame ein Bruch Zwei Sonnen in Kasse 3, bitte Zwei Sonnen in Kasse 3 Zwei Sonnen in Kasse 3 Ich schrieb die Arbeit Dann holen wir eben kurz den hier Und so Und er geht gleich Bahnen Haha, das war's Der Blut Na, hier wird ein geknüspert Die Lange Haha, ich mich nicht so gemacht Die Lange St Payton, da bin ich Ich glaube ich bin Mein Leben Jeb Ja Ich bin ein Doppeliger. Ich bin ein Doppeliger. Ich bin ein Doppeliger. Oh, ich bin ein Doppeliger. Nein. Komm, komm, komm. Danke. Bon danke. Töberle. Wann der Wände, auch solitable thick sein? Ja, ich darf nicht umhören. Da wollen wir raus. Jetzt ist er nicht schon, dass dir die Macht zurückkehlt. Shit. Oh, das ist noch passiert. Ich bin nicht auf. Danke. Na gut, kommt schon. Zwei Sonnen noch, bitte zu Kasse 3, bitte. Zwei Sonnen zu Kasse 3, bitte. Die Sonne zu Kasse 3, bitte. Ah! Das war's. Nein! Ja, und? Erstmal zurück zur Karte. Und das heißt jetzt erstmal... ...Hexiger. Und ich wollte schon immer mein eigenes Pup-Deck. Ja, los! Ich möchte nicht, dass er so ein Pup-Deck aufzieht. Ja, und wie es bei Plants vs. Zombies weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge natürlich wieder im alten Ägypten. Euer DJ Pautchen. Also bis zum nächsten Mal.